Für alle chemischen Schüttgüter, Pulver und Granulate konzipiert und liefert Haver und Böker Maschinen und komplexe Anlagen für Kunden aus aller Welt. Für jedes unserer Projekte gilt, dass der Erfolg nie das Ergebnis eines Einzelnen, sondern immer die Symbiose aus den Kompetenzen eines großen Teams ist. Wir bieten kundenorientierte Lösungen für die Zukunft. Wir begleiten unsere Kunden vom Layout Engineering bis zur Erarbeitung von Schulungs- und Wartungsplänen. Die Anlagenverfügbarkeit auf höchstem technischen Niveau wird durch Wartung und Service gewährleistet. Haver und Böker liefert uns die Sicherheit, die wir brauchen. Wir betreiben seit über 40 Jahren Absacktechnologie der Firma Haver und Böker und die Technologien sprechen für sich. Gemeinsam erfolgreich. Haver und Böker – Ihr Solution Provider.